ja hallo erst mal wieder herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich bin sam fischer und wie sollen wir uns jetzt sind doof wir haben zwei möglichkeiten entweder balkon oder durch die tür bist du nicht fragen war die nicht hier in der letzten folge sind wir hier im hegelauf such weiter alles gut so was haben wir ach so wir haben hier so öffne mal sam oh hunde da oben steht einer und ein hund hey 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 was soll ich machen bitteschön was sollte ich denn machen bitteschön wir haben visuelle bestätigung ist überall dunkel nur wie wird sich im panikraum verschaffen wo ist das ding ich suche noch ich habe zwei mögliche routen ins haus markiert balkon und seiteneingang ich sende sie auf den opfett da ist zitrone die haben wir immer noch schön ach ne ist unsere drohne äh äh können wir wieder raus machen hauptschocker und verlassen ok die drohne warum nicht da ist die drohne weiß ich gar nicht Ah man, ich bin schockiert von uns. Da ist jemand. Okay. Also kommt die näher gleich ein Hund. Alles klar. So, aber die werden nicht angezeigt, ne? Wie weit müssen wir hierher? Kommt der Hund? Schnüffel, Schnüffel, komm. Bleibt die Drohne jetzt hier oder kommt der Hund erst, wenn wir rausgehen bestimmt, ne? Warte mal. Von hier kam der Hund, ne? Ach da, doch die Runde sind zu sehen, okay. Gott. Ne, ne, blatt mal da, blatt mal da. Wo bist du? Besser wäre, wenn wir... Oh. Wenn wir über den Balkon gehen, ne? So. Das wäre aber zu sehen. Da oben ist noch einer. Oh, hier ist auch noch gleich einer. Nein, nein. Musst du nicht. Musst du nicht. Der kommt doch hier runter, ne? Den höre ich doch. Den höre ich doch. Oh. Da ist er. Oh. Gut. Gut. Oh. Okay, wir müssen uns wieder aus. Na, wo bist du? Na, da hinten hat er sich versteckt, okay. Uh, da ist auch noch einer. Äh, 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 äh. Oh, da war er. Gut. Ey. Von da oben. Ich bin hier. Ich lasse halt mal so an hier, ne? Och, ist das nervig, die Alarmanlage. Hm. Komm. Ich brauche dabei Hilfe. Brauchst du nicht? Oh. Okay. Oh, da ist noch einer. Oh. 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 Oh, da ist noch einer. Oh. 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 Oh, da hinten ist die Munitionskissen. 'll warten ans. Oh. Der steht doch da oben, ne? Hat nicht einer da oben? Oder wo ist er jetzt? Hä, 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 hä. Warte mal. Wo gehen wir denn am besten hin? Alles in den Spiegel. 62, 36, das Haupttor glaube ich wäre ein bisschen kacke, ne? Aha, aha, kommt immer nach da. Eben, ist doch mal ein Regen. Hier ist nix. Hier ist nix, Jungs. Da hoch, ok. Versuchen mal den gleichen Weg wieder zurück zu gehen, ne? Oh, was ist hier? Ach, Alarm in allem, ne? Weil Alarm ist. Hä? Ach nee, das war der... Das war der Deckungsfeil, der uns angezeigt hat. So. Okay, wir gehen mal wieder hier... Gehen mal hier oben rein, ne? Aufpassen, dass hier... Äh, nicht neue Gegner aufgetaucht sind. Hm. Da müssen wir wieder einmal komplett hier durch. Um da hinten hoch zu klettern, kann das sein? Genau, setzt die Suche fort. So, da war das Steigrohr. Hm, 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 hm. Wenn das was bringt, heißt das... Wenn das besser ist, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es ja... Deshalb, wenn wir hier... Kannst du auch nach da? Nee. Maldita sea. Okay. Elf Meter. Hm. Okay, nach da, nach da. Okay, so. Warum geht er nicht nach da? Was ist los, alter Mann? Hm? Komm ich hier nicht rum? Echt nicht? Ich will nicht runterrutschen, ich will doch rüber. Na gut. Oh, was ist das? Irgendwas zum Aufschalten, würde ich sagen. Äh, komm ich hier überhaupt rein? Aber sie hat auch gesagt, ne? Über den Balkon. Ah, okay. Können wir uns hier auch verstecken? Ja. 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 Ein vorgefertigter Panikraum? Ja. Aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zusehen. Mhm. Sam, ich hab die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Oh, drück jetzt mal so um die Sichtmusik zu wechseln. Ja, im Auswahlmenü. So. So, oder was? Ah, da war doch ein Kasten hier, ne? Da fand ich das besser. So. Hallo. Hallo. Impuls, bitte. So. Guck. Da ist er viel interessanter. Für uns. Erstmal. Der ist aber im anderen rum, ne? Oder? Ja. 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 Ne, ne. Alles gut. Oh, da unten laufen zwei. Können wir die aufschalten hier? Oh, der ist dahinter, ne? So wie es aussieht. Hinter der Wand. Hm. So. Da kommt der. Durch die Tür. Okay. Boah. Alter. Hier kommt einer hoch. Oder was? Ach, hier geht er unten lang. Sehen wir die auch durch Impulse oder nur durch das sich gerät? Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Äh, Lele. Mach auf. Der ist da unten. Oh Gott. Bleib mal da unten. Hier ist nix. Hast du doch gehört. Kannst weiter. Kannst nach Hause gehen. Ah. Warte mal. Oh. Manchmal eier ich bis umher. Sorry. Oh Gott. Sehen wir die auch so? Können wir die aufschalten? Ja, gut. Mal gucken, was passiert. Er könnte in den oberen Etagen sein. Aha. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Alles gut. Salve. Einzelschuss. Automatisch. Ah, 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 ah. Alles gut. Alles gut, Freunde. Ist da noch was? Jemand? Ne, ne. Ja, 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 ja. Ach, da. Okay. Die sitzen da und warten. Okay. So. Könnte. Tut er aber nicht. So. Oh. Da ist noch eine. Da hinten. Aha, aha, aha. Bleibt immer da unten. Dann ist alles schick. Nein. Ist er nicht. So. Drei da unten. Zieh dich mit dem Lichtgerät um. Ja, nun nervt nicht. Alte Klamotze. Auf. Augen auf. Er könnte überall sein. Hm, hm. Ist er nicht. Ist er nicht. So. Noch nicht aufgeladen genug, oder? Doch. Oh Gott. Lass mal gleich gucken, wie sie sich alle bewegen. Die bleiben da unten. Das ist schön. Noch jemand hier? Verhalte das Ziel im Auge. Wo ist die Kammer? Bitteschön. Oh nein. Ist er nicht. Noch nicht aufgeladen genug, oder? Äh. Warte mal. So. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Oh, der geht halt nur mit. Da unten sind drei. Okay. Ja, ja. Ihr müsst nicht vorsichtig sein. Alles gut. Da ist noch ein Kasten da. Da. Okay. Hm. Interessant. Okay. Ist hier ein Telefon? Was zum Aufheben? Nee. Drehkopter zum Zurückholen. Halten. LB halten. Okay. Okay. So. Aber hier können wir nichts einsammeln. Ähnlich nicht. Nee. Ja, ja. Bleib mal ganz unruhig. So. Da ist noch ein Sicherungskasten. Aber erstmal kurz schauen. Da ist er doch. Uh. So. Der ist ja weg. Nee, nee. Alles gut, Freunde. Okay. Höchste Konzentration, Terra. Müssen wir nochmal nach unten, oder wat? Da unten. Da unten. Den Kasten. Müssen wir noch ausschalten, oder wat? Oh, da ist noch einer. Der sitzt da. Ah, die Knarre. Die. Denkst du mal, da kommt einer. Oder da ist einer. Der steht da irgendwie. Zieh dich mit dem Sichtgerät um. Ja, ja. Haben wir doch schon. Machen wir doch schon die ganze Zeit. Was denkst du denn? Alte Schnäppe. So. Der steht da in der Tür. Der hockt in der Tür. Kommen wir hier durch. Ah. Nee, leider nicht. Ach, guck mal. Hier ist was zum Einsammeln. Oder nicht. Müssen wir besser auf. Ach, netter. Hier, Datenbank. Okay. Mal schauen. Den müssen wir erledigen. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Die haben noch. Äh. Moment, Moment, Moment. Die haben noch hier. Geräuschmitte haben wir noch. Und die. Die hier. So. Zeig mir. Er sitzt da. Äh. Kriegen wir von hier aus so hingeworfen. Er ist nur vorsichtig. Der könnte sich überall verstecken. Ah, 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 ah. Blendexosum. Schlafgasseinsetzen. Corbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Gut. So. Der wäre weg. Dann kommen wir da ja hin. Der hat hier noch was zum Eingaben oder was? Hä? Halten und können wir aufziehen. Können wir nix aufsammeln? Ach ne, das ist meine Haftkamera, ne? Ja. Gut. Da oben müssen wir da müssen wir irgendwie durchs Gitter oder was? Von oben. Die machen mal Tür zu, ne? Komm wieder. Huuu, ja ja. Kommt hier einer hoch? Nee. Ist da noch jemand? Nee. So. Kriegen wir die Tür nicht zu, oder was? Schließen, komm. Dass keiner den Leichen am sieht. Wo kommen wir hier am besten durch? Hier in dem Umbereich ist keiner. Ja, ja, ja. Sind wir doch dabei. Sie erzählen uns ja nichts Neues, ne? Aber, äh. Warte mal. Ich frag mich nur, müssen wir... ...da durch die Tür, wa? Warte mal. Hier, hier, ne? Ah, die sitzen da unten alle, okay. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Na da, 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 da. Mit dem Gemälde, oder was sein soll. Interaktion mit dem Ziel ist nicht möglich, wenn sich die Gegner in der Nähe befinden. Wie sollen wir jetzt alle töten, oder was? Ah, in seinem Klo sind wir, in seinem Luxus-Klo. Okay, mal gucken. Äh, müssen wir die echt alle aufschalten? Dit ja fies. Ich dachte, wir stellen hier so schön... ...getarnt rein. Und denn... ...also müssen wir doch... ...oder bringen dabei, wenn wir drinnen sind und zumachen. Korbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Ah. Geht immer noch nicht. Oh, ehrlich. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ich würde gern da unten rein. Schade, Mann. Wir müssen sie echt alle ausschalten. Und das wird jetzt unser Verdäben werden. Das wir jetzt hier abkacken. Aber vielleicht müssen wir die ganzen Kisten hier aufmachen, da hat die da so... Das ist... ...drinne, da hinten, okay. Und hier läuft einer lang, okay. Kommen wir hier runter? Nee. Da haben wir schon... ...von da sind wir wieder gekommen, ne? Äh... Jetzt müssen wir die alle aufschalten. Na toll. Nicht ablenken lassen. Er könnte hier überall sein. Oder zumindest... ...die... ...kisten müssen wir aufschalten, ne? Gott. Hä? 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 Wer hat uns gesehen. Alles gut. Komm hoch. Komm hoch hier. Sieh dich mit dem Lichtgerät um. Ein Camino. Ein Camino. Ich bin ein Camino. So. Okay. Jetzt sind sie alle da. Hu 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 hu. Aha. 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 Nein, nein, trennt euch mal nicht. Hier oben ist keiner. Olle Mutti, du warst mal gut reden, ne? Stehen sehr ungünstig gerade die beiden. Ne. Gott. Geht der da hin, ne? Ja, komm. Geht der hin? Ach, muss sie nicht, muss sie nicht. Alles gut. Korbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Oh, das Gelaber geht ja auf den Keks, ne? Das haben sie irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Also finde ich... War sehr aufreibend hier, das Ganze. Immer das gleiche Quatsch. So, können wir was mitnehmen? Ach nee, das Funkgerät bloß gut. Hey, ich brauche hier Hilfe! Brauchst du nicht? Okay, dann los! Brauchst du nicht? Ach da, okay. Kästen? Sind hier irgendwo noch Kästen? So. Guck raus! Ha! Eiweih! Eiweih, eiweih, eiweih! Was ist das? Wo steckst du? Äh, wüsste ich auch gerne. Ah, guck hier. Das ist der Sicherungskasten. Wieso Schüsse? Warte. Äh, es sind doch keine hier. Alles gut. Der kommt von da. Hm. Wieso Schüsse? Warte. Hm. Gibt sie uns dann Bescheid? Gibt sie uns dann Bescheid? Gibt sie uns dann Bescheid, wenn wir alle haben? Oder was? Mann, da ist noch einer. Ich lachte hier so rein und weiß gar nicht, ob wir hier nur richtig sind. Oder waren wir eine Etage zu hoch? Kann auch sein. Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Ach, da ist noch mal einer hier. Warte mal. Da ist der. Da ist der. Unten waren keine Männer, glaube ich. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Ist doch gut, Ella. Ist doch gut. Ist doch gut. So. Ist sie nervig oder ist sie nervig? Sie ist nervig. Ach hier. Könnten wir auch sabotieren, oder? Warte mal. Ne. Puh, hu, 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 hu. Das wird, glaube ich, eine lange Folge. Ja. Ist doch gut. Uschi. Haben wir doch schon verstanden. Ich habe den Panikraum gefunden. Die Stahlte ist mindestens 20 cm dick. Nori hat keine Kosten gescheut. Versucht durch die Decke. Die ist dünner. Echt jetzt, liebes Ubisoft Team. Du musst erst hierher, damit er sagt, du sollst durch die Decke. Die waren doch schon oben. Haben uns sogar hier ordentlich durchgekämpft. Jetzt müssen wir wieder hoch. Oh Gott. Aber gut, wir haben ja alles aufgesammelt. Gab es ja auch noch was? Hier waren wir noch nicht, ne? Ah, ne. So. Auch die Treppe. Alter. Die können es schwerer machen, als es ist. Wir waren schon da. Wir hätten schon aufmachen können. Wir haben alles ausgeschaltet. Oh, da sehe ich das gerade falsch. Da wir doch erst alle Stromkästen hier ausmachen müssen. Damit wir hier interagieren dürfen. Entweder liegt es an den Stromkästen oder an den Gegner, die noch waren. So, hier. So. Jetzt kommt Durchbrechen. Na klar, komm. Setz deinen Termin ein. Na, fühlt sich sicher? Ha. Ja, guck mal nach oben. Hallo. Oh. Na, erzielt. Oh. Eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jedermann hat seinen Preis. Ach Gott. Die Kurzbrigaden. Majid. Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nichts sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Okay, jetzt essen wir uns erstmal hin. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Oh, toll. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Kann das werden. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Soll er für das am nebenbleiben. Okay. Können wir uns ducken oder wo müssen wir lang? Okay. Okay. Gut, dass wir ihn nicht, äh, müssen wir ihn greifen, die, ne? Alter. Jetzt wird es interessant. Nicht, der uns davonläuft. Nuri, lauf doch mal. Der will nicht, okay. Okay. Aha, aha, aha. Geht er erst weiter, wenn wir hier alle Licht haben? Ich wisse nicht. Wir müssen nach. Da unten. Runter. Hier ist doch einer. Sag ich doch. So. Stopp. Nuri, los! Sie sind uns im Weg. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Ja, mach das mal. Warte mal da. Wo muss wir? Hier, hier, hier runter. Okay. Ich komme zu dir, Nuri. Sie sind hier. Ruhe bewahren. Genau. Oh, 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 oh. Die machen wir so und dann werden wir, glaube ich, besser. Alter. Kannst du nicht rüber schießen? Er wartet hier. Okay. Kommt her. Das war's. Bewegung. Ehrlich? Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah. Ganz nah. Und doch so fern. Okay, okay, okay. Nuri, nun geh. Los. Haben uns hier lange noch aufgehalten. Wenn das mal nicht ne Falle ist. Ich trau dem alten Knaller nicht. Okay. Wir sind fast am Eingang. Oh, fast. Heißt, wir sind noch gar nicht da. So, können wir ausschalten? Gut. Wobei, hätten wir vielleicht anlassen sollen. Sehen wir es was. Okay. Wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuri's Privatanlegestelle. Oh, okay. Wir fahren mit dem Boot. Wir fahren mit dem Schiff. Ich kann heute aus dem Waffenlager ne Knarre holen. Nein. Wenn mich ne Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Halt du Nuri am Leben Verstärkung, falls entdeckt. Okay. Oh, hier gibt's Munizo. Okay. Also, wenn wir entdeckt werden, gibt's Ärger. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Schickt mir Geld. Ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht ihr die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Nuri, warte doch mal. Lauf nicht so. Der würde nämlich hier Feierabend machen. Oh, Mann. Nee. Er tippelt schon. Gehen wir. Nein, lass ihn. Lass ihn hier drinnen. Nicht so schnell. Genau. Haben wir jetzt seine Arme oder was? Oh, na toll. Die kommen noch mehr zurück, ne? Uuuuuh. Weiter. Machen wir unter... Unterbrechen. Genau. Spiel angehalten. Okay. Okay. Halte Nuri am Leben. Verstärkung. Falls entdeckt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ob wir das so gut hinkriegen, wie wir jetzt hier reingekommen sind, ne? War ja gar nicht mal so verkehrt. Also, ich bedanke mich für's Einschalten, für's Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, ob wir das so hinkriegen. Und wir haben nur eine Pistole jetzt in der Hand. Oh, oh, oh. Ach, müssen wir auch noch auf den kleinen Knaller aufpassen. Naja, gut. Also, liken nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Und weiterempfehlen. Also, bis dann. Bleibt gesund. Euer Terra. Tschaui.